Hallo und herzlich Willkommen bei einem niedlicheren, niedlichen, feinern Let's Play von Winkeltier. Wir bauen uns einen kleinen Laden. Anstatt haben wir das ganze im Stream schon am Samstag. Ich bin also schon einmal beim Grott gegangen. Man sieht man kann bis hin zu kreativ alles spielen. Wir bleiben bei normalen. Szenarien gibt es dann auch noch. Also auswählen. Wir nehmen einen großen Laden. Liebes Kind, dieser Laden ist seit Generationen in unserem Familienbesitz und jetzt gehört er dir. Es würde uns stolz machen, wenn du es schaffst, was uns nicht gelungen ist. Unseren Familiennamen von Schulden zu befreien und den guten Ruf, das Namen Kopmann, wieder herzustellen. Es ist eigentlich ganz einfach. Verkaufe Dinge teurer, als du sie eingekauft hast. Dann baue ich den Laden aus und dekoriere ihn, um mehr Kunden anzulocken. Viel Glück, wir zählen auf dich. Und wenn es so leicht ist, warum habt ihr das hier dann nicht geschafft? Äh, ja. Ich würde sagen, nehmen wir das da. Wir haben da schon Haare freigeschaltet. Also am Anfang hat man, glaube ich, nur die zwei ersten oder... Ja, ich glaube, die ersten zwei. Ich habe aber da im Stream jetzt schon ein bisschen was freigeschalten. Ja, okay. Bei der Kleidung haben wir noch nicht so viel freigeschalten. Da ist noch eins freigeschalten. Ah, grau oder grün. Nehmen wir grün. Nimm mal sie erst mal. So, möchtest du eine Klärung, wie man das Spiel spielt? Das dauert nicht lange. Ja, ja, bitte. Also, laufe herum. Achso, dreh die Kamera. Gut. Bauer einen Tresen. Der Tresen. Man muss immer schauen, wo die Fußtritte hin sind, damit man weiß, wie man es stellen kann. Geht das nicht gerade? Das ist doch schief. Ah. Gut. Ich benutze den Tresen, um die Waren liefern zu lassen. Kaufen wir mal, aber wir machen wahrscheinlich noch mehr. Ich setze ihre Tische. Dann machen wir mal so. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir die Fußtritte rechts und links haben. Drei. Kann nur in dem Radius quasi machen. Ich würde sagen, machen wir mal ein bisschen Tische. So, dafür können wir eventuell noch mehr Waren kaufen. Gut. Haben wir noch 29. Achso, wir haben kein Lager mehr. Okay, Abmarsch. Dann öffnen wir unseren Laden. Nein, nicht kleines weisses Pferd. Das ist mein Irrenhaus, also wird es Irrenhausen werden. Irrenhausen, die Irren. Ich kaufe Waren von einem Händler und Tresen. Mach mal. Ein Hemd da. Hat er gerade noch ein Hemd gekauft? Hat er gerade noch ein Hemd gekauft? Ich würde meine Hemden schauen, würde ich... Hallo? Joach. Ich bräuchte bitte neue Hemden. Ich weiß auch nicht wieso. Danke. Neues Immobilier. Neues Immobilier. Abhauen. Ja, Äpfel habe ich auch. Neues Immobilier. Nach und nach kann man sich alles Mögliche freischalten. Das kann jetzt irgendeine Deko sein, das kann irgendwas zum Ausstellen sein, das kann Lagerplatz sein. Das kann einfach alles sein. Jetzt geht der Laden gleich zu. Für den ersten Tag doch ganz okay, würde ich sagen. So. Okay, wir wollen was anderes kaufen. Oh, wir fließen. Gut. Gut. Jawohl. Ich platziere eine Palette. Da ist fünf Platz, da ist zwölf Platz. Wir nehmen die zwölf Platz. Wir haben jetzt eh keine Kohle mehr, um was zu kaufen. Ähm. Gehen wir mal das drauf. So. Dann schauen wir mal, dass wieder Geld reinkommt. Oh ja, ich habe das. So. 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 Ich hätte keine Wolle. Ich hab Wolle. Zu kaufen. Zufälligerweise hab ich gerade Apfel reinbekommen, ja. Haben wir noch? Was haben wir zufälligerweise? Apfel haben wir. Okay, ich würde sagen, der Laden wird wieder zugemacht. 55 haben wir verkauft, das ist jetzt nicht so viel. Höhe dein Herz in dem du Dekorationen baust. Kannst du mir das nach Attraktivität sortieren? Der macht 105. Ja, aber ich müsste rauskommen. Warte, warte, warte. Jetzt kann ihm aber keiner mehr leisten. Warte, warte, warte. Du hättest gerne Apfel. Ja, hätte ich auch gerne. Heiltrank. Sehr gut, der hat Heiltränke. Ist das schon da? Mann. Hey. Ich war jetzt nicht so happy. Gut, wir können was freischalten. Und zwar hier diese Werktränke. Da gibt es zum Beispiel die Schmiede. Kleidung, Mahlzeiten, Alchemie und Anbau. Ich werde mir mal diesen Anbau freischalten. Ich brauche wieder 2 Heiltränke oder so. Du hättest gerne Woller. Kommt sofort. Kaufe mal im Spundan, was wir brauchen. Mann, Mann, Mann. Gut, plus 120 bauen. Wir brauchen nicht einmal eine Türe noch draußen. Ich komme da sogar rein, aber es stört mich, dass das da so doof ausschaut. Ich habe mir die Anbaufelder gekauft. Also kann ich jetzt den Küchengarten anlegen quasi. Und ich habe 2 Samen dazu bekommen. Wie kann ich die da verkaufen oder was? Okay, Moment. Ich glaube, ich habe da was Neues gesehen. Ich möchte jetzt zumindest vorbereitet sein. Kartoffelsamen brauchen wir keine. Famillesamen hätten wir gern sogar 2. Aber ich würde sagen, nehmen wir mal einen. So. Wir zahlen die 30 am Ende des Tages. So, wir wollen mal eine Suppe. So, dass ich 2 bestellt habe. So, was hättest du für mich Wolle? Holz, Gemüsesuppe, Nägel, breiten Kamillesamen und davon was? Danke. Zwei Hemden. Ja, dann muss ich dich leider abweisen. Ich wusste ja nicht, dass ihr mir das Holz aus den Händen reißt. Super. Gute 30 kann man zahlen, das ist okay. 25 brauchen wir draußen fürs Feld. Okay. Dein Tag ist rum, wir müssen die gießen. Jetzt bauen wir auch Kamille an. Gut. Ähm. Erweitern wir. Nein. Was kostet denn der Deko? Das ist aber so schwer. Dann warten wir noch einen Tag mit der Deko. Ich glaube, wir bauen mal so eine Lampe hin und schauen, ob es reicht. Das reicht sogar für die Stufe 3. Du siehst. gut. Nein, keine Samen. Die Wirtschaft wächst und alle Preise steigen. Genieß es, solange es anhält. Das ist hier dieses Event. Wirtschaftsboom. Okay. Ist im Moment noch am Anfang. Da ist die Hauptzeit davon. Die Werkzeuge werden teurer, die Nahrung wird günstiger. Okay. Das heißt, eigentlich sollte ich meine Schmiede dann kaufen. Was hat dir da schon wieder die Nägel? Okay, was hat sich der da geholt? Gut. Camilla. Holz. Ich hätte gerne einen Springster. Camilla habe ich schon wieder keine. Eisen. Nägel. Holz. Danke. Habe ich, glaube ich, keins. Habe ich noch kurz. Ehrlich Händler. Moment. Ist sogar da. Bitte schön. Rühre die gesamte Artikel in deinem Geschäft durch Platzierung von Displays. Also mehr Tische hinstellen. Was wir mal tun könnten. Mal. Wieder. Genau. Hört besser aus. Ah, ich arbeite gerade mit Raster. Das kann man aktivieren, wenn man die Steuerungskaste hält. Damit sollte das zumindest schöner ausschauen. Wir sollen mehr Displays hinstellen. In den alten Schrank würden sogar drei Dinge passen. Machen wir mal nur ein Display. Die Lager sind alle zu teuer. Schade. Äh, ich stelle mal den Heiltrank daraus. Gut. Dann kümmern wir uns um die Pflanzern. Wüsste ja gerne, ob ich irgendwo, warte mal, ich habe ein Inventar. Löschen kann ich es, löschen will ich aber nicht. Ah, durch das Event macht es minus eins. Okay. Da kann ich mir die Events in Ruhe anschauen. Da habe ich noch mehr Spezialisierungen. Da habe ich das Zeug ausgestellt habe. Schuldenbegleichung. Ja, vier Tische bräuchte ich noch. Auch Stufe 7 Dekoration. Verkaufe Waren. Bundeskönig. Okay, 50 Pflanzen ernten. Kriegen wir früher oder später auch hin. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da noch was nachholen. Kempten zum Beispiel. Kartoffeln, eventuell Äpfel. Lagerkapazität, ja, ist okay. Was ist gut, wenn ich hier bin, oder? Was ist gut? Was ist gut, wenn ich hier bin, oder? Was ist gut, wenn ich hier bin? Da ist er. Und. So was hättest du wollen? Gemüsesuppe wäre ich sehr dankbar, Mist, wir haben ja noch nicht viel Lager. Du willst gerne Kartoffeln haben, bitte schön. Ich freue mich nicht zu bedienen. Klingt doch ganz gut. Die sind fertig. Damit haben wir ein bisschen Kamellas. So, wir sollen kaufen. Ich brauche zuerst jetzt erstmal ein Lager, 15 Stück. Da geht 25 drauf. Ist aber schon teuer. Warte mal, wenn ich das da nehme und verkoffe, dann passt es wieder. Trotzdem haben wir mehr Lagerplatz als vorher. Genau. Okay. Dekorationen machen wir dann wieder beim nächsten Mal. Da habe ich die ganzen Kartoffeln anbracht. Ne, Kartoffelsamen wollen wir nicht. So, 41. Gut, dann... Nein, der Tisch bleibt... Guten Morgen. Eine Messe findet in der Nähe statt. Das Geschäft, die getreiben, lockt Menschen auf der Suche nach Angeboten von nah und fern. Klingt ja gut. Überlegst du dir gerade, ob du Nägel brauchst, oder was? Ja, du brauchst Nägel. Gut. So, Äpfel mit sechs Profit. Nein. Heiltrink mit sieben Profit. Holz mit vier Profit. Ich hätte ja schon gerne was von dir. Mach mal das so. Danke. Mach mal das so. Danke. Danke. Keine Ahnung. Es gibt jetzt Artischocken. Holz hätte es gern gehört können wir auch machen. Na, ich spür doch. 152 So, bauen, nochmal neuen Boden, äh, 58, was ist das? 58, ja, damit könnte ich leben. So, was bräuchten wir noch, Dekorationen, Lage bräuchten wir allerdings auch wieder. Ja, immer kleine dazu. So, wenn wir genug Lage haben, können wir auch alles kaufen. Wohooo! Wohooo! Ah, Holz. Eisenbahn. So, du hättest hier mit 7 Profit, dann hätten wir 4, Teiltrank, Eisen mit 4 Profit, Eisen mit 4 Profit, das ist billiger, Hemden, Gemüsesuppe und Roller, 5 Profit, 7 Profit, ok, wo ist es? Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Okay. Funktioniert so fast einfacher als die Kunden um Tresen zu bedienen, finde ich gut. So, wir sind jetzt Level 9, bei Level 10 können wir uns das nächste freischalten. Genau. Jetzt wäre die Frage, was machen wir? Also zuerst einmal können wir ernten. Okay. Dann schauen wir mal da rein. Es gibt mittlerweile Artischocken. Kamele haben wir, Kartoffeln haben wir, Artischocken haben wir noch keine. Die gibst du mir mal direkt. Open. Wir müssen ja quasi am Puls der Zeit bleiben. Wir müssen unseren Kunden ja was anbieten können. Ich gehe also ohne Mitrasse, darum geht das nicht so nah. So, und jetzt schauen wir mal, was wir kaufen. Holz haben wir nur eins. Voll haben wir gar keine. Doch, haben wir noch zwei. Kamille haben wir vier, neun, sechs. Äpfel haben wir fast keine mehr. Artischocken. Gemüsesuppe haben wir nur zwei. Die Samen brauchen wir nicht. Ja, und da geht mir die Kohle aus. Okay. So, jetzt erst einmal die Kunden bedienen. Und nach dem Tag machen wir dann Schlusswarte. Du hast Ladenstufe 10 erreicht. Jetzt ist die Frage. Wollen wir die Schmiede? Für Werkzeuge und Waffen. Schneiderwerkbank. Mahlzeiten. Alchemie. Ich nehme jetzt erst einmal die Schmiede. So. Hm. Zufälligerweise liegt da immer, was ich gerade wolle. So, was hast du, mein Lieber? Jetzt im Moment ist ja passiert. Ich arbeite zur Zeit. Ich habe nur noch eine Wolle. Das wäre super. Wolle haben wir noch zwei. Da gibt es fünf Profit. Nägel. Eisen. Eilkrank haben wir noch zwei. Kamille haben wir noch neun. Hat die Schocken würde ich nur eine nehmen. Äpfel haben wir drei. arbeі... Anction. Eilkrank inkling. Eilkrank. Eilkrank. Sein ist. Eilkrank. 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 Da ist doch alles drin, das ist doch so 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 Okay, ich mach den Tag überlebt. So, dann bin ich. Gut, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.